Ein jeder 3D-Drucker wird auf kurz oder lang, wenn er sich mit mehrfärbigen Drucken beschäftigt, über sowas stolpern. Was ist das? Das ist nichts anderes als wie eine komplett flache Datei. STL, die wird so auf das Druckbett gelegt, meistens auf eine dexturierte Platte. Und von unten nach oben wird dann gedruckt. Das heißt, die ersten beiden Schichten sind meistens die mit den verschiedenen Farben und dann geht es wieder einfärbig weiter. Hat den Vorteil, man kriegt eine seidenmatte, glatte Schicht und das Ganze sieht so aus, als wäre es perfekt lagiert. In diesem Short-Tipp soll es aber nicht darum gehen, wie man sowas druckt. Das könnt ihr wahrscheinlich schon. Ich zeige euch, wie man solche Daten erstellt. Vielleicht habt ihr ein eigenes Logo oder ihr habt irgendeinen Comic, irgendeinen Schriftzug, irgendetwas, das ihr gerne in eure Dateien mit einbauen wollt. Oder vielleicht wollt ihr Schlüsselanhänger machen, was der Teufel. Es gibt unfassbar viele Methoden, wie man es anwenden kann. Ich zeige euch auf jeden Fall, wie ihr ohne Fusion 360, sondern das Ganze nur online basiert, im Web machen könnt. Viel Spaß dabei. Und um jetzt einfach irgendein Logo runterzuladen, bin ich auf 1000logos.net gegangen. Da kriegt ihr kostenlose Logos. Die sind nicht vektorisiert, aber ihr kriegt sie zumindest als PNG. Denn das ist etwas, das benötige ich, damit ich eben die Outline und die Kontur von diesem Logo dann auch habe. Und ich habe auch die richtige Farbgebung auch schon mal. Wobei die an und für sich relativ irrelevant ist. Dann lade ich mir das Logo runter und gehe auf die nächste Webseite und die heißt Vectorize.ai. Bei Vectorize.ai kommt ihr hier auf die Startseite, schnappt euch dann das Logo, das ihr runtergeladen habt, das PNG und dann wird das hier reingeladen. Manchmal braucht es ein bisschen, je nachdem wie groß euer Logo ist, kann es sein, dass ihr hier einfach auf OK klicken müsst, weil wir haben jetzt momentan die maximale Megapixelzahl hier überschritten. Aber das tut überhaupt nichts zur Sache, denn das, was jetzt passiert, ist eigentlich ein bisschen Magie. Wir haben ein PNG und bekommen jetzt eine vektorisierte Datei daraus. Das heißt, der macht jetzt in diesem Arbeitsprozess alle Linien zu Vektorgrafiken. Und dementsprechend können wir das Bild dann größer und kleiner machen, egal, ohne Datenverlust. Die ganzen Kanten werden knüppelscharf und man sieht wirklich alles wunderbar. Das sieht man jetzt auch in dem Vorher-Nachher-Vergleich auf der linken Seite und hier kann man auch mit dem Plus mal ein bisschen reinzoomen, sieht man, wie verwaschen auf der linken Seite hier die Kanten sind und auf der rechten Seite ist das einfach messerscharf. Gut, nächster Arbeitsschritt wäre, auf den Download zu gehen. Hier brauchen wir eine SVG-Datei, wir wollen sie ja drucken. Und schaut, dass hier auf jeden Fall der oberste Punkt angeklickt ist, dann sind wir total safe. Das Ganze downloaden habe ich schon gemacht und dann gehen wir zurück in das Bamboo Studio, wo wir jetzt die Daten einfach reinladen. Hier oben auf das Plus gehen, hier habe ich mir die SVG-Datei runtergeladen. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten und es wird wahrscheinlich eine ziemlich große Datei sein. Ja, seht ihr, ich kriege tausend Warnhinweise, ist überhaupt kein Problem. Wir gehen hier auf die Skalierung, schalten hier den Haken ein, dass wir das Ganze auch so skalieren, dass es auf allen oder gleichbleiben skaliert ist. Dann werden wir hier mal eine Größe von knapp 100 machen, gerade dass wir es veranschaulichen können. Gut, was benötigen wir für das Logo? Wir brauchen hier diese vier Farben. Ich habe mir die jetzt einfach mal hier schon so vorbereitet. Dann klicken wir das Logo an und den Prozess kennt ihr vielleicht. Ist überhaupt nicht das Schwierigste. Ich möchte mit dem Ausfüllwerkzeug und dem Hellblau hier mal diese Sachen kurz einfärben, die im Prinzip hier die hellen Sachen sind. Da, wobei das Auge wird am Schluss, glaube ich, blau. Haben wir sonst noch was hier, was ich benötige? Ja, hier, das Teil fehlt noch. Dann machen wir die Augen gelb. Das Coast darf auch gehen. Und ihr seht, wie einfach das ist, wenn ihr wirklich schön vektorisierte Daten habt. Da erkennt die automatische Ausfüllfunktion sofort, was ihr hier anklickt. Es gibt hier keinerlei Fehler. Das Titans-Logo wird auch noch kurz angeklickt. Und damit hätten wir eigentlich unser Logo nicht nur runtergeladen, in eine Vektorisierungsgeschichte reingehaut, sondern wir haben es auch schon eingefärbt. Bevor wir jetzt aber drucken, nicht vergessen, geht hier auf Fläche legen, klickt einmal in die Mitte, damit das Ding hier jetzt auch auf dem Boden liegt. Dann könnt ihr aufs Leisen gehen und dann viel Spaß mit dem Drucken. Okay, ich gebe zu, dieses webbasierte Tool hat natürlich seine Grenzen. Man kann mit einem sehr teuren oder aufwendigen Programm natürlich wesentlich bessere Daten erzeugen. Aber zum mal rumtüfteln, rumspielen und mal rausprobieren, was kann man alles aus so einer Datei rausholen, reicht es doch vollkommen. Und ihr könnt wahrscheinlich jetzt schon eure 3D-Drucke mit speziellen Logos oder Bildern ein bisschen aufpeppen und verschören. Falls euch dieses Video gefallen hat, ihr müsst hier irgendwas einfach anklicken. Eine Playlist, irgendwie den anderen Kanal, den ich gerne auch mal zeigen würde. Oder einfach den Hauptkanal abonnieren. Ihr könnt das alles machen. In diesem Sinne, wir sehen uns auf jeden Fall wieder in einem weiteren Short-Tipp. Ich freue mich sehr, dass ich für euch Druckdaten, Erstellung zeigen kann und Probleme im Bambus-Slicer einfach behebe mit Videos. Egal, ich rede zu viel. Danke für diesen Short-Tipp. Danke, dass ihr euch zugesehen habt. Peace, love and 3D-Druck schweig over. And out.